Nun, hier bin ich. Ich versuche ein schnelles Frühstück zu machen und mir sind die meisten Vorräte ausgegangen. Das hier ist ein indischer Trick. Sie nennen das für gewöhnlich Pancham Ritam. Das bedeutet fünf Zutaten, die ein Lebenselixier ergeben. Aber ich denke, bei dem Hunger, den ich habe, werde ich mehr als fünf Zutaten nehmen und es noch besser machen. Denn mir ist das Gemüse ausgegangen und alles, was im Kühlschrank sein kann, ist weg. Meine schönen Bananen sind die einzigen, zum Glück. Man kann sie nicht im Kühlschrank aufbewahren, also geht es ihnen gut. Das ist also ein einfacher indischer Trick. Bananen schneiden, etwas Honig und Ghee dazugeben, Quark. Und mal sehen, ich glaube, der Quark ist noch im guten Zustand. Schneide die Bananen einfach in dünne Scheiben, je nachdem wie du es haben willst. Wenn du es etwas breich haben willst, mach es ganz dünn, sonst einfach so. Es gibt viele Behauptungen und Sachen, die besagen, dass wenn man Pancham Ritam mit all diesen fünf Zutaten in einem ausgewogenen Verhältnis isst, soll es definitiv sehr gut für jede Art von Schilddrüsenregulierung sein. Ich habe keine Schilddrüsenprobleme, aber ich habe kein Problem damit, alles im Gleichgewicht zu halten, denn es ist sehr wichtig für Körper und Geist und das allgemeine Wohlbefinden eines jeden Menschen. Die Schilddrüse ist also eine Sache. Es gibt auch einige Leute im Ayurveda, die sagen, dass es eine gute Krebsvorsorge ist. Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Ich habe keine Probleme. An sich nicht, aber ein Problem habe ich. Einen nicht sehr effizienten Kühlschrank. So sind mir die Lebensmittel ausgegangen. Mit diesem indischen Trick kann man ein reichhaltiges Frühstück zubereiten. Ich habe das schon oft gemacht, als ich noch allein auf der Farm lebte. Und das hat mich am Laufen gehalten. Heimische Bananen und ein paar Zutaten. Auch wenn man nicht alle hat, kann man es immer noch zubereiten. Hier ist etwas Jaggery. Das ist eigentlich Palmzucker, aber auch normale Jaggery reicht aus. Weil ich super hungrig bin und nicht kontrolliert werde, bin ich ganz allein, also füge ich extra Jaggery hinzu. Palmzucker, buchstäblich von den Palmen. Ghee. Ghee, 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 Ghee. Ich bin kein Freund von Ghee, also verwende ich nur wenig. So verwende ich ein wenig. Du kannst reintun, so viel du willst. Das ist wichtig. Ohne Kardamom bekommt es nicht den nötigen Geschmack. Ey, das ist keine Kochshow, das ist eine Überlebensshow, okay? Das ist keine Kochshow. Es geht darum, wie man überlebt, wenn man nur ein paar Bananen zur Verfügung hat. Darum geht es. Also, heute bin ich, weil ich ein bisschen Zeit habe, habe ich ein bisschen die Technik erforscht und zwei Kameras am Laufen. Kannst du das sehen? Ich hoffe, die andere Kamera hat mein Gesicht erwischt oder sie hat mich einfach in zwei Hälften geschnitten, ich weiß es nicht. Ist das gut? Ja, ich muss etwas Kardamom reintun. Hier geht es nicht darum, wie man Banane wird. Es geht nur um eine seltsame Situation in deinem Leben, in der du hungrig bist und nur ein paar Bananen zur Verfügung hast. Hier ist es. Und ich hoffe, es gibt ein paar... Das ist ein bisschen mein Problem. Man bewahrt die Dinge nicht an ihrem Platz auf und sie sind schwer zu finden. Ich bin die letzten 39 Jahre gereist ohne... Ich bin großzügig mit Honig. Denn wahrscheinlich ist das bis zum späten Abend die einzige Mahlzeit, die ich zu mir nehmen werde. Denn ich esse nicht auswärts. Alles ist drinnen. Das ist ein Problem, den Honig vom Löffel zu bekommen. Es gibt nur einen Trick. Das ist das einzige, was funktioniert. Ich verwende Honig schon seit langer Zeit auf so viele verschiedene Arten. Der einzige Weg, um Honig von dem... Von dem... Zum Glück. Zum Glück. Sehr zum Glück. Nun... Der Quark oder Joghurt ist nicht in seinem besten Zustand. Er ist ein bisschen sauer geworden. Aber noch brauchbar. Deshalb habe ich zusätzlichen Honig hinzugefügt. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Und meine einzige Nahrung waren entweder Erdneile oder Kokosnüsse... Erdneile oder Kokosnüsse. Und wenn man eine frische, unzerbrochene Kokosnuss hat, hat man abgepackte Nahrung für einen Monat, zwei Monate, sogar drei Monate, wenn man will. Es gab eine Zeit, da habe ich monatelang nur eingeweichte Erdnüsse und Bananen gegessen. Und Banane war das Essen des armen Mannes, und damit habe ich ziemlich gut überlebt. Denn man konnte ein Bündel Bananen aufhängen und damit sein Leben bestreiten. Ansonsten habe ich Kokosnüsse aufbewahrt, unzerbrochene Kokosnüsse. Und wenn man zu hungrig ist und nichts anderes zu essen hat, trinkt man das Wasser und isst den Kern. Das hält einen satt. Das hat mich lange Zeit gut am Leben gehalten. Dem muss man zustimmen. Heute wird Pachamrtam ein wenig luxuriös, denn, wie gesagt, wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ist das die einzige Mahlzeit des Tages bis zum späten Abend, und ich muss fahren. Vielleicht mache ich noch einen kleinen Spaziergang draußen, und dann das hier. Das sind nur ein paar Rosinen. Siehst du, das sind alles gute Sachen, Trockenfrüchte und so, weil sie ohne Kühlung überleben, und du überlebst, ohne zu verhungern. Das sind gute Dinge. Sie geben dir auf die eine oder andere Weise genug Saft zurück. Also, normalerweise sind es fünf Zutaten, aber ich glaube, ich habe mehr hineingetan. Banane, Kokosnuss, Honig, Palmzucker oder Jaggery, Ghee, etwas Quark. Ich hoffe, dass es nicht zu sauer wird, weil der Quark nicht gut konserviert war. Deswegen habe ich nur ein bisschen reingetan. Und hier, ich habe sogar ein paar Cashewn-Nüsse. Und die habe ich ein bisschen zerkleinert, damit die Nüsse nicht so auffallen, wie es in der Welt üblich ist. Nein, nein, ich bin nur nicht so nett. Aber was soll ich tun? Ich bin am Verhungern. Wenn ein Mann hungrig ist, wird er normalerweise wütend. Aber ich bin nicht wütend, ich bin hungrig. Du musst mir also ein bisschen Frechheit zugestehen. Ich habe also zu viel Zeit mit Nüssen und Nüssen in allen Ecken und Enden verbracht. Ich kann also nicht einen Tag ohne Nüsse verbringen. Wenn man also Cashewnüsse hinzufügt, sind das wunderbare Dinge. Und vor allem waren es sogar Cashewnüsse, als ich wandern war, als ich meine langen Wanderungen im Himalaya ganz allein unternommen habe, waren es größtenteils Cashewnüsse, Rosinen, du weißt schon, die Kopra oder die getrocknete Kokosnuss, die mich am Leben erhalten hat. Ich habe sie nicht vergessen. Ich bin ihnen immer dankbar. Deshalb habe ich sie immer dabei. Wo auch immer ich bin, diese Dinge sind da. Denn mein Leben war so, dass mir nicht immer ordentliche Mahlzeiten zur Verfügung standen. Ausgenommen während dieser Pandemie, in der es mir ziemlich gut ergangen ist, weil ich zu Hause war, entweder in Indien oder hier. Aber wieder einmal hat mich die Wanderlust, wieder einmal hat mich die Nomadenlust, in dieses kleine Wohnmobil zurückgebracht. Nein, nein, es ist nur eine Menge Arbeit. Die einzige Möglichkeit, sich nicht in Hotels und anderen Orten anzustecken, ist ein Wohnwagen, ein fahrendes Zuhause. Manche Leute denken, ein Wohnmobil sei Luxus. Nein, es ist jeden Tag eine Menge Arbeit. Wenn dein Haus umzieht, gibt es viel Arbeit. Hier ist es mein Frühstück und heute bin ich auf einem technischen Hoch. Heute bin ich auf einem technischen Hoch. Ein Tech-Hoch, weil ich zwei Kameras gleichzeitig benutze. Kannst du das übertreffen? Gefällt dir mein Frühstück? Tut mir leid, das ist alles, was ich heute habe und du bist zu weit weg. Fertig! Bis zum nächsten Mal.